Und weiter. Ich habe gesagt, das schaffe ich in zwei Folgen, aber okay, ist halt so. Also in zwei Videos ist halt so, wie es ist. Der Kerl ist halt einfach nachzaubern und äh. Äh, sieben. Drei. Fünf. Kuh. Der Kerl am Kuss der Seelen. Also ich glaube, Alduin habe ich in weniger als zehn Minuten klein. Der bewegt sich aber auch dauernd. Der ist echt spitze, der Kerl. Also wenn, äh. Sieben und nein, darf ich es nicht machen. Ich muss. Sonst halte ich es nicht wieder auf. Erstmal. Kanonenfutter. Ja. Und sieben und weg. Gut. Eins. Ich gehe noch ein bisschen direkter an. Ich habe zwar noch ein Laserschwellt, das will ich aber nicht verwenden, weil das overpowered ist. Und ich will euch ja ein sauberes Erlebnis sein. In dem Fall ist das Laserschwellt einfach. Hab ich überhaupt einen Dolch in der Hand? Oh Gott. Gut. Katana. Ich fülle für die andere Hand. Heilsauber. Und dann versuchen wir es jetzt mit der Taktik ein bisschen direkter an. Nö, mehr hab ich. Au, scheiße. Und tschüss. Nein, ich will das Schwert haben. Links und rechts, march und links, march und rechts, march und links, march. Nachschub saubern. Ja. Fünf. Kerl, du bist anstrengend, weißt du das? Meine Waffe muss ich bald aufbauen. Ja, ich Paradagere. Die Ereion, die Hände, kann ich nicht mehr mit mir vor, warum? Ich bin lauter! Die Hände, die Hände, die Hände, die Hände! Was ich, die Hände? Die Hände, die Hände, die Hände! Zwei... Fünf... Einen... Zum Glück ist mein Rüstungsschutz insgesamt sehr hoch. Ja. Glaubst du es denn? Bin ich denn ein Warche-Baum oder was? Dann ebenso. Der hat sich schon wieder aufgehalten. Ich glaub sie einfach nicht. Wenn der sich halt... ... habe ich mich gedacht. Und das war so was teuer? Obwohl dass die Waffe so schnell strahlen Wo ist das eigentlich nicht so was es? Ich würde sagen Sie nicht in derLYOTA Ich würde noch nie wissen. 3. Nachschrift. Oder... 2... Boah, das... Au, das schaut böse aus. Ver... kackt. Aber sowas von... Boah... Mal kurz überlegen... Ich glaube am ehesten hat noch geklappt die Nummer mit Magie. Also da hätte man fast gehabt. Obwohl das erstaunlich ist, weil ich eigentlich erwartet habe, dass gerade die Methode am allerwenigsten funktioniert. Wir versuchen das nochmal. Also Magie, Magie, Magie... Schuhe... 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 Gut, dann stellen wir wieder um auf... Schuhe... Schuhe... Jetzt gebe ich da auf 8... Äh... 7 bleibt Unsichtbarkeit... 6... 5... 1 lasse ich... 4... 4... 4... 4... 4... 4 wäre... Wo würde ich mich verstecken... 4... 5... 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 Äh... Speichern... Ach so... Dann... Schönes Platzall auszupen... Ach ja, was ich vergessen habe... Ich habe doch noch diese Maske... Runter, 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 runter... Sag, es war das Blitzscher plus 25% Boah... Aber jetzt... Würdet ihr bitte mal übernehmen, die Herren? 3... 5... 7... Verstecken... 8... Zaubern... Wann ist das eingedrucken? Mammul... Oje... Und Mana aus... 3... 3... 8... Das halte ich nicht lang durch... 2... 4... 4... 3... 5... 6... 5... 6... 1... 6... Ja ja, ich bin sicher Da steht mir halt nicht immer im Weg rum, das ist ja schlimm. Manage. 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 Oh ja, das ist ja nicht so gut. Also vorhin hat sie ganz gut geklappt mit dem Blitzzauber, ne? Das ist aber irgendwie... Tja, als Magier muss man vor allem eins können laufen, vor allem weglaufen. 3 4 5 5 4 5 5 12 12 13 12 13 13 14 17 15 17 17 Drei. Und? Aber wir hatten den schon weiter runter, da hat sich dann halt einfach gehalten. Gut, gut. Ah, abgebrochen. Ja. 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 Mal kurz ein neues Medium Start. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020